Anfang des Jahres hat DVD Forum AT-Herausgeber Alexander Pretz mit Pretz Media einen eigenen Online-Shop ins Leben gerufen, über den ihr unter anderem Media-Books, Hardboxen, Steelbooks, aber natürlich auch Standard-Editionen von Filmen und TV-Serien auf DVD und selbstverständlich auch auf Blu-Ray kaufen könnt. Vor kurzem wurde das Sortiment des Shops um einen weiteren wichtigen Eckpfeiler erweitert. Ab sofort gibt es auf Pretz Media nämlich auch Videospiele. Im Games-Shop bekommt ihr aktuelle Titel für Playstation 4, Xbox One, Wii U, 3DS oder auch für den PC und um das gebührend mit euch zu feiern gibt es einen Willkommensgutschein. Ab einem Einkaufswert von 60 Euro bekommt ihr unabhängig von dem was ihr bestellt habt aus dem Games-Segment 5 Euro Rabatt. Und um zu diesem Rabatt zu kommen braucht ihr einfach nur ins Gutscheinfeld mit dem Code WELCOME GAMER einzugeben. Besucher der Nippon Nation vergangenes Wochenende haben diesen Gutschein vermutlich schon von mir in die Hand gedrückt bekommen. Wer Anfang August auf der Gamescom ist, wird ihn ebenfalls bekommen können. Aber keine Sorge um Zugang zu dem Gutschein Code zu haben, müsst ihr uns nicht stalken. Es reicht einfach sich auf www.pretz-media.at einzuloggen, das Spiel bzw. die Spiele eurer Wahl zu bestellen und dann den Gutschein Code einzugeben. Und ganz ehrlich, bei einem Line-Up von Uncharted 4, Call of Duty, Black Ops 3, Star Wars, Battlefront, Fallout 4, um nur ein paar zu nennen, glaube ich, gibt es in der nächsten Zeit das ein oder andere Spiel, wo sich der Gutschein Code definitiv auszahlt. Für alle, denen es bis jetzt zu schnell war, www.pretz-media.at, da dann einfach das Spiel oder die Spiele eurer Wahl im Gesamtwert von über 60 Euro bestellen und dann im Gutscheinfeld WELCOME GAMER eingeben. Am Ende des Videos blende ich euch den kompletten Gutschein noch einmal ein, sodass auch wirklich alles klar ist. Ich wünsche euch auf jeden Fall in diesem Sinne viel Spaß auf Pretz-media und natürlich ganz besonders viel Spaß mit den Spielen eurer Wahl zum reduzierten Preis.